Was gelabt meine Z-Fighter, ozaro hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle Und zwar gibt es Neuigkeiten in den News, das ist auch von den In-Game News, wir sind auf Tutor unterwegs Und zwar ist in den In-Game News quasi, dass die neue Stage von Ultimate Awakened Power von Ultimate Gohan kommt High Stage 3 vom Strength Ultimate Gohan Wir haben auch schon die Leaks, also wir wissen quasi, wann genau das kommen wird Es wurde geleaktet von Nordic, Shoutout an ihn, zu unserer Zeit wird die Stage, ich sage vorsichtig erstmal nur Stage Wird die Stage am 28.12.5 Uhr morgens erscheinen, unserer Zeit Warum sage ich gerade nur vorsichtig Stage, weil wir in-Game noch keinerlei Informationen, Beschädigung haben, dass Banner kommen werden Ich weiß nicht, in der Community kam das so an, dass quasi irgendwie viele davon ausgehen, dass nur die Stage kommen wird Mit der Kategorie Hybrid Sane und Ultimate Gohan und sein Banner selbst nicht Ich denke, das lässt viele deshalb das vermuten, weil quasi in den In-Games nur die Stage bis dato angekündigt wurde Aber wenn ich mich zurückerinnere, wenn ich ehrlich bin, dann war das schon oft so eigentlich Wenn ich mich falsch erinnere, dann könnt ihr mich gerne korrigieren in den Kommentaren, lasst mir das auf jeden Fall wissen Nur bin ich der Meinung, dass schon oft nur erstmal vorerst die Stage angekündigt wurde Und im Nachhinein dann in gewisser Art und Weise in der Kampagne, wenn eine Kampagne lief, dann die Banner released wurden Was meine ich damit genau, könnt ihr es gerne mal angucken Und zwar bei Gotenks war das so, dass auch zuerst angekündigt wurde, dass eine neue Stage kommt Und dann eine Kampagne Zeitgleich angekündigt wurde, das ist eben das Problem Zeitgleich wurde das quasi angekündigt am selben Tag Dass eben dann quasi sowohl die Stage hinzukommt, als auch ein Banner Das fehlt momentan bei Ultimate Gohan und deswegen denke ich, dass viele der Meinung sind, dass vorerst nur die Kategorie und kein Banner von Ultimate Gohan kommt Wobei ich da sagen muss, ich sehe da wirklich keinen Grund, warum das so sein sollte Einziger Grund wäre, das ist jetzt ein Parallel zu JP Einziger Grund wäre, in JP ist gerade das Broly Extreme Battle erschienen Und da macht die Kategorie Mixed Saiyan mehr Schaden gegen Broly Beziehungsweise, doch, sie machen mehr Schaden gegen Broly und man benutzt für die Missionen Aber ich denke jetzt nicht, dass die Extreme Z-Battle von Broly in Global releasen werden Könnte sein, dass sie als Erster kommt, aber dass sie das so abrupt releasen, ist eher unwahrscheinlich Das andere jedoch, was interessant ist, was ihr nicht vergessen dürft Das habe ich auch im Stream erwähnt, dass sie Global auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit geben sollten Damit sie ihre News, Neuigkeiten raushauen Nämlich gibt es wieder zwei Serverwartungen Eines gibt es schon morgen Geht von 7 bis 10 Uhr Und das andere geht am Donnerstag von 2.50 Uhr bis 5 Uhr morgens Und das ist bekannt wie bei Archon Sikoku Bei der zweiten Wartung wurde Archon Sikoku hinzugefügt Und die Wartung davor war quasi so Content Update, Neuigkeiten Update Was ich damit sagen will ist Gibt Globo noch ein bisschen Zeit, um seine Neuigkeiten abzudaten Das ist dann im Prinzip morgen nach der Wartung der Fall Und ich denke schon, dass danach eine neue Kampagne starten sollte Nämlich ähnlich wie in JP eine New Year Campaign Und dass das Ende des Jahres zu Ende geht Also beziehungsweise dass das Ende des Jahres bevorsteht Und das neue Jahr anfängt Wobei ich auch hier sagen könnte, dass eventuell auch die LR Campaign, die LR Androids Campaign Auch zu uns eben vorgeteasert werden könnte Nach der Wartung und bei uns erscheinen könnte Warum sage ich das denn Die LR GOKU Kampagne wurde zeitgleich Ist zeitgleich gestartet in JP und in Global Deswegen, um es kurz zu fassen Quasi um alles abzurunden Gibt Globo noch ein bisschen Zeit, um sein Content abzudaten Unsere Neuigkeiten abzudaten Und dann wissen wir nach der Wartung auf jeden Fall mehr Aber ich würde es jetzt nicht regelrecht abstreiten Dass Gohan sein Banner nicht kommt Und die Stage nur kommt Das wäre, dass es so in der Tat noch nie passiert In der Konstellation Könnte natürlich passieren, wenn es ein Global macht Mehr oder weniger auf seinen eigenen Weg Aber ich würde da keinen Grund und keinen Sinn sehen Wenn ich ehrlich bin Sondern da sage ich dann optimistisch auf jeden Fall Dass wir auf die Wartung warten sollten Damit die dann mehr wissen danach Alles Leute, im Prinzip wäre es das zu den kurzen News Das heißt, Gohan kommt die Stage vor erst 28.12.5 Uhr Aber sobald wir nach der Wartung wirklich mehr wissen Lass ich es euch auf jeden Fall wissen Bis dahin, habt auf jeden Fall schöne Tage Und wir sehen uns im nächsten Video Peace